Hey Leute, wir gehen jetzt zu Kaufland einkaufen. Wir gehen shoppen. Der Frühschrank wird langsam wieder ein bisschen leer, darum muss wieder richtig nachgefüllt werden. Ihr habt gehört, wir gehen nicht zu Kaisers, wir gehen ins Kaufland. Kaisers macht sowieso bald zu und wir müssen langsam eine gute Alternative finden. Kaufland ist zwar ein bisschen weg, aber mein Papa sagt nur Gutes darüber und deswegen werden wir heute mal Kaufland versuchen. Übrigens hast du ein richtig cooles Outfit heute, siehst richtig gut aus. Wir sind im Partnerlook, wir sind beide schwarze. Ja, aber irgendwas fehlt mir bei dir. Was? Ja. Hallo, ich habe sogar Yeezys an. Ja und, aber irgendwas fehlt trotzdem, so Schmuck oder so? Hast du Schmuck dran? Ja, deine Kette. Und Ohrringe habe ich auch. Trotzdem fehlt mir irgendwas. Wo weißt du noch die Armbänder, die du unbedingt wolltest? Die du mir vor einer Woche gezeigt hast? Die aus dem Internet. Weiß ganz genau wovon ich rede. Gönn sie dir. Hä? Mh? Open that shit. Mh? Nicht dein Ernst? Buuuu. Und die Jungs da draußen, wenn ihr Frauen glücklich machen wollt, Bros. Krass, Leute. Ich muss euch die mal kurz vom Nahen zeigen. Warte mal. Oh mein Gott, welches... Ich muss das Silber nur rum machen, weil das gerade mehr zu meinem Outfit passt. Buuuu, Kussi. Woher und wann hast du die geholt? Scheiße, ich bin ein fucking Genie. Leute, guck mal. Das sind hier solche Armbänder. Die sind richtig hübsch und ihr könnt selber... Da sind so verschiedene Anhänger, die ihr ran machen könnt. So sehen die aus. Einmal in Rosé und einmal in Silber. Und ähm... Oh Gott, er hat sogar die Anhänger ran gemacht, die ich wollte. Hier habe ich nämlich ein Schlossherz mit Schlüssel. Mhm. So sieht das aus. Krass, Mann. So sehr einfach. Und dann habe ich hier einmal einen Anker dran. Was ein Anker bedeutet, wisst ihr ja. Oh ja. Und ähm... Ich werde auf jeden Fall das Silberne. Oh Mann, Buuu, ey, so süß. Mann, aber seht ihr Leute, das meine ich. Ich chille und gucke im Internet bisschen rum. Und erwähne nur nebenbei, dass die Armbänder richtig schön sind. Und er holt sie mir einfach. Und das sind genau die Sachen, die ich meine. Die ich so krass an ihm schätze. Scheiße, seid einfach wachsam, Leute. Guckt mal bitte, wie hübsch die sind. Die glänzen so heftig. Ich finde die so schön. Es ist einfach mal was anderes. Nicht immer diese Anhänger, die aussehen wie Ketten und Armbänder. Und die sind so verarbeitet. Eigentlich so wie Halsbänder, finde ich. So die Schneiden kennt man ja von den Halsbändern. Die sind echt krass. Ja, die sind so stabil und hochwertig gemacht. Die sind so krass hübsch. Und ich werde euch auf jeden Fall jetzt einblenden, wo ihr die bekommt. Und ihr werdet ja bestimmt danach fragen. Werde ich euch alles hier einblenden. Aber die sind einfach nur heftig aus. Danke, so schön. Wir gehen Kaisersfremd. Und hier ist es richtig, richtig groß und schön. Und wir zeigen euch gleich alles. Das Hammer hier. Leute, wir sind bei Kaufland. Dick einkaufen. Und ja, wir holen uns jetzt ein frisches Brot. Wirklich? Ich ruf das mal an. Cool, Mann. Es ist so warm. Es ist so warm. Richtig cool. Ich freue mich jetzt schon. Leute, frisches Brot ist immer cool. Das ist der Handschuhe. Ja, Mann. Mit Handschuhen. Ich finde es richtig gut. Und ich finde es cool, dass hier immer warmes Brot am Start ist. Wirklich immer warm und frisch. Kaufland ist heftig. Kaufland ist wirklich heftig. Also bis jetzt haben wir schon Kartoffeln geholt. Bananen haben wir geholt. Paar Erbsen. Und so ein Knäckebrot für abends. Falls man so einen Heißhungar hat. Dass man nichts Fettiges oder Kräftiges zu sich nimmt. Kann man was keines Leichtes, was satt macht, schnell essen. Ja, mal gucken, was ist noch so. So. Jetzt. Mal gucken, wann die scheiß Getränke kommen. Du Hopfer, was machst du denn? Hier sind die Zitronentees, die wir brauchen. Leute, die haben nur 50% weniger Kalorien. Ich hab mich richtig erschrocken, du Hopfer. Die sind ohne Zucker. Richtig geil. Damn. Davon muss ich ein paar mitnehmen, wo die trinken. Übrigens hab ich davon richtig abgenommen. So. Leute, es ist so kalt hier, wo die Gefriersachen sind. Richtig kalt. Du und ich sind heute im Partnerlook. Komplett schwarz. Komplett mal stehen, Junge. Mit unseren natürlichen, originalen Yeezys. Original. Du, 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 du. Für meinen Magerquark. Gefrorene Früchte und Beeren. Dann pack ich schon mal rein und misch es richtig. So, was haben wir denn bis jetzt? Hier, das ist für Lou. Hähnchen Mini Steaks. Das ist für unsere Hunde gehacktes. Die lieben das. Kartoffeln haben wir. Dann haben wir Kartoffeln, frisches Brot, Bananen. Und hier unser Lieblingsgetränk, weil das so wenig Zucker geheilt hat. Und, ähm, was willst du noch? Fisch? Ja, lass mal Fisch suchen. Wir gehen auf die Suche nach Fisch. Leute, Kaufland ist echt krass. Und nein, wir haben keine Kooperation mit Kaufland. Wir kaufen hier einfach richtig gerne ein. Warum hast du so geguckt? Mit Huhn? Ja. Sofort einpacken. Ich liebe die. Ja. Leute, Tillmanns Toasty. Wenn man mal keine Zeit hat und ganz schnell Hunger hat. Die sind so krass, wenn die mit Huhn sind. Ja, mein Hähnchen Brustfilet. Yay. Hey Leute. Lisha am Start. Mal ein kleines Update zu meiner Lippenverkleinerung. Wie ihr seht, sind die immer noch recht dick. Ähm, und die Ärztin meinte, es wird wahrscheinlich einen Monat dauern, bis das komplette Ergebnis zu sehen ist. Die sind mega hart und geschwollen noch. Ich merke das extrem. Aber, sie sind nicht schlimmer als davor. Und das beruhigt mich schon mal sehr. Und, ähm, ja. Lo ist natürlich auch am Start. Er ist immer noch am Sachen suchen und einpacken. Leute, wenn ihr wüsstet, wie die Leute gucken, wenn die eine Kamera sehen. Wir können bis heute nicht glauben, dass es immer noch so eine Attraktion ist, wenn Leute mit einer Kamera durch die Gegend laufen. Jeder weiß doch, dass es überall Blogger, Vlogger, YouTuber gibt. Mein Gott. Was hast du gefunden, Lo? Doch nichts. 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 Und wenn du dann noch schreist, ach, bitte lass mich raus, dann binde ich noch fest dazu und setz mich oben drauf. Oh, das ist ein Kinderlied, das ich gerade gesungen habe. Ich weiß. Die sagen einem Kind, wenn es schreit, binden sie es noch fest dazu und setzen sich drauf. Ganz schön krank. Was willst du damit? Ja, ich überlege, ob ich so Beilage sowas suche, falls ich mal rieche. Aber haben wir doch schon Gemüse? Ja, ich weiß nicht, ob das reicht. Okay. Doch gefroren ist es immer besser. Okay. Erklärt mir mal, wie man hier wieder stehen soll. Stellt euch vor, ihr seid jetzt jemand, der Diät macht, ja? Hier oben haben wir Eierkuchen mit verschiedener Füllung. Dann haben wir hier unten die krassesten Torten. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Zieht euch einfach rein. Windbeutel, Pfannkuchen Mini, Eclair Mini, Mini Americana, wieder Mini Pfannkuchen, Minion Torten. Dann zieht es euch einfach rein. Das ist doch pervers, jetzt mal ganz ehrlich. Was es hier alles gibt, ist einfach nur heftig. Und wir müssen wirklich mal versuchen, eine Kooperation mit sowas zu erklären. Ja, ne? Ja. Stell dir mal vor, wir könnten den ganzen Einkauf geschenkt bekommen. Nur weil wir sagen, dass es hier schön ist. Und die ich Sarah sind heute richtig früh geworden. Das macht sie mal selber. Und das nicht, also das dauert auch nicht lange. Das macht sie übertrieben schnell. Ich verstehe zwar nicht wie, aber keine Ahnung. Ich könnte das nicht mal für jemand anderes machen. Sodass ich es sehe und mache. Never. Was gibt es denn, ey? Das sieht so kompliziert aus. Was? Na, was suchst du wieder, du Alki? Ja, bildst du mich ja so oft. Das suchst du. Die Bauarbeiter. Hey, Luke. Hey, Leute. Was hast du in aller Hand? Eine Produktplatzierung. Ja, zeig doch mal. Nein. Nein. Das ist auch dein Werbung für jeden, Leute. Leute, guck mal, wie viele verschiedene. Und noch mit Glitzer drin und so. Richtig krass. Welches benutzt ihr immer? Ist hier irgendein Favorite von euch dabei? Die haben wirklich so krasse Auswahl. Das muss man denen echt lassen. Das ist heftig. Cool. Das riecht ja nach Alkohol. Was ist das? Leute, ich finde sowieso, dass Männer richtig schlimme Düfte haben. Kein Wunder. Also, ich würde als Mann auch immer Frauenzeug benutzen. Ich finde, die Männer haben richtig schlimme Sachen. Boah. So, Leute. Sechs Typen am Start. Nisha ist am einfachen. Leute, wir haben so viel eingekauft und so ein bisschen über 100 Euro bezahlt. Bei Kaisers hätten wir bestimmt... Ja, Mann, locker. Also, das ist hier auf jeden Fall günstiger. Zwar fahren wir ganz schön weit, aber es lohnt sich. Auf jeden Fall. Ja, Mann. Wieso? Jetzt wird Babylou mir helfen einzufallen. Super.